Hoi, was geht ab Leute, Hong hier mit Tati am Start. Wir sind mal wieder im Luitpoilpark, auch bekannt als BN, die zusammen ist. Der geht echt ab, vor allem jetzt mit Doppelcandy. Tati war schon ein bisschen hier. Was ging ab? Ich bin hier reingekommen, wurde schon von drei Bisasams empfangen, hab sie gleich alle gefangen. Dann hab ich eine Runde gedreht, hab nochmal drei oder vier gefangen, das ist brutal. Ja man, und alles hier doppelt, echt krass. Ja, echt krass, also wirklich heftig. Schauen wir mal, wie viele wir fangen können, bis wir gehen müssen. Danach gibt es noch ein neues Nest, das sie hier entdeckt haben, bzw. Tati. Alles klar. War schon. Ist es direkt am Stop, oder? Ja, eigentlich schon, falls es noch da ist. Eigentlich können wir gehen, ich hab schon zehn mit dem Fahrten gehört. Es geht endstelle hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also wie viele Bergen! Oh mein Gott. Das ist halt nicht verstanden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viele Bergen! Brüderwärchen, ja? Das ist wirklich jetzt passiert. Der ist auch nicht so schlecht für den Werken. Oh yes! Das war ein leidender Moment. Ich hatte erst Schwierigkeiten den überhaupt zu finden. Und dann auch noch zu fangen. Jetzt gehts wieder ab. Wir haben gerade gehört, zwei sollen da links sein. Super saftig, schauen wir mal. Und wieder fünf Kilometer, ey. Oh mein Gott. Schlurp kommt immer näher. Ich spüre es. Ich spüre es. So, was sind wir jetzt? Tati spürt Schlurp. Ich spüre keinen Galaxo, leider. Die brauche ich nicht spüren. Dann kommt man alleine, Alter. Oh mein Gott, 646. Kann man schon. Dann müssen wir gleich nochmal zurückgehen. Du versuchst 600 da mit dem Pokéball zu werfen, oder was? Und vorne nimmst du den Hyperball. Ich habe nicht aufgepasst, weil... Oh mein Gott, ist es abgehauen. Oh mein Gott. Zu viel Regen, man. Ich muss da alles trocken werden. Du gehst in die falsche Richtung. Wir müssen doch da rein. Du kommst da gar nicht rein, man. Eben. Oh yes. Bisschen Action mit Tati, wir gehen endlich den verrückten Weg. Ich muss in den Pokéball rein. Der ist da links. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich folge dem jetzt einfach. Dem da. Dem da. Das ist der, der uns geholfen hat. Jaja. Aber da war noch ein anderer, der uns geholfen hat. Aber ich weiß noch, wo der ihn war. Wie gesagt, zwei Stück sind da. Noch einer hier. Noch einer. Kleine Verwechslung. Den, den ich gerade gefangen habe, war nicht der, den Tati gerade gefangen hat. Das war ein dritter. Und den habe ich zum Glück jetzt auch noch bekommen. Das reicht jetzt für mein zweites Bissauflor. Und jetzt holen wir noch ein paar zum Pushen vielleicht. So ist es. Weil wir haben jetzt gemerkt, wir müssen mindestens... mindestens... mindestens 2000... ein Pokémon 2000 in eine Arena setzen. Sonst ein bisschen mit der Letzte. 2000 ist eh schon zu schlecht. 2000 ist sogar schon zu schlecht, ja man. Mal die Sasamen hier. Mal die Sasamen hier. blödmsch 같아요. 2. 1. 3. 1. 1. 2. Also 2. 4. 3. 4. 4. Hättige Zeit, die Anzeige geht wieder auf. Echt super saftig hier. Nein. Nein. Die machen sich wieder auf den Weg, oder? Oh mein Gott. Wir stehen einfach hier, es ist ein bisschen zusammengekommen. Genau in dem Moment hat Tati neu gestartet. Oh mein Gott, aber er hat... Oh mein Gott, ich überlege erst, ob sie das Hauptsinn zu nehmen. Nein. Darf sie jetzt entselten. Hier geht es gelb. Ein Hochhaften. Auf jeden Fall, was die Neste angeht, ist es super. Ich setze es mit rein, weil... ... ein Rotab gegen die 6-Rote-Kontakt. Was machst du denn? Da ist eh lustig. Dankeschön, ich freue mich über den Empfehler, wenn ich sie wieder rausschiebe. Oh ja. Das ist gelb. Oh yes. Lauterrot. Lauterrot. Kurz, fast. Wir sind jetzt irgendwo komplett außerhalb des Parks, aber... ...schauen wir mal. Das heißt nicht, ob es hier rechts oder da links ist. Was ist das? Nee, die waren da hinten, wo wir vorhin waren. 578. Von welchen College-Jacken redest du? Ja, von den Roten. Die Roten? Nee. Ja, das könnte schon sein, dass sie das waren, aber es waren die da hinten. Das war wie das eine Mädchen, das dabei war. Ja, ihr habt die gesehen, ja. Ich glaube, die heißt... Ich glaube, die heißt Dani, oder? Schauen wir mal. Ein paar Wiesersams gibt es ja schon, also... Ich finde es so, dass es... ...ist schon echt gut eigentlich, ne? Im Vergleich, Ospark zu hier... Ospark ist tot, man. Ich hasse Ospark. Ja, aber nur weil dein Handy da spinnt. Oder? Ja, und jetzt? Ja, aber das hat ja nichts damit zu tun. Ja, das hat ja nichts damit zu tun. Ospark ist eins gut, Mann. Dass er noch mehr im Messer kommt. Also hier. Hier? Ja, bei der Kölzer. Das ist aber hier. Das haben wir doch gerade gefunden, oder nicht? Nein. Welches Haus? Schau auf den Radar. Wo? Ja, hier. Ja, das hatten wir doch gerade. Nein. Doch. Das da hinten hatten wir gerade. Ich hab beinahe zwei jetzt gefangen. Und hier nur eins. Dementsprechend kann das nicht dasselbe sein. Weil ich ja nicht dasselbe nochmal gefangen hab. Okay, Tati, geh du mal da, ich geh da. Okay, Tati hat gar nicht Internetprobleme. Äh, Loginprobleme meine ich. Dimi, bei dem es immer am meisten hängt, bietet Tati, der das krasseste Internet hat, gerade Internet an. Ich hab das wirklich nicht angenommen, weil das gar nicht sein kann, oder? Sorry, mein Charakter läuft doch fröhlich herum, ja. Das kann gar nicht sein, ja. Aber egal. Aber ich werd diesen Fehler beheben, ja. Ja. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, warte. Ja, warte mal wo du da bist, oder? Wir brauchen keine, wir brauchen keine, wir brauchen keine, wir haben Horns, Mann. Horns Charakter checkt überall irgendwo was ab, Mann. Warte, der der lila ist, der. Wie, welche, welche ist denn das? Bamberger Haus. Schon wieder? Aber genau auf dem Pokestop, warte. Nicht dass es der, äh, der gespawnt ist. Ah nein, das ging so aus. Den hat der schon gefangen. Nein, Lock-Modul ist aus. Ja. Nicht dass es vielleicht der Lock-Modul war. Nee, nee, nee. Das war schon aus, wo ich den in Gold gefangen habe. Warte raus. Ach so, dann ist es immer dann, wo der, wo die vorhin die, äh, die Traumatos gespawnt sind. Direkt immer am, am Stopp. Ja. Ist jetzt ein Ding, Alter. Also schauen wir mal, ob die den kriegen. Bei mir ist immer ein bisschen anders. Ich krieg immer ein paar extra. Ich muss jetzt sagen, ich bin mit 250 Bonbons hier angekommen. Ja. Hab jetzt, äh... Boah, krass, Mann. Wen? Ja, den. Das ist geil. Schönen Scheiß-Namen hab ich mir gemerkt, Alter. Den Namen ist echt krass. Das solltest du mal denn nicht merken, weil der leidet jetzt gerade mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin Fat but Famous, du Misty. Oh yes. Ich bin wieder drin, Alter. Okay, jetzt kann man mit schicken. Ey, da musst du mal zeigen, wo der ist, Mann. Die muss natürlich immer wieder weiter gehen. Obwohl er mir sein Internet anbieten. Der ist echt lustig, der Kerl, oder? Oh yes. Dank meiner Ding hab ich ihn gefangen, Alter. Ganz krass. Oh, wir sind durchgelaufen, zack, Alter. Ganz heftig, Mann. Ja. Keine Angst, Tati. Wir haben den jetzt auch bekommen. Was? Wir haben den jetzt auch bekommen. Wen? Für den, dass wir zusammen. Ja, aber nur weil wir jetzt denen gefolgt sind. Sonst wären wir wahrscheinlich irgendwo rumgelaufen, wir hätten gar keine Ahnung gehabt. Ja gut, die groben Spawnpunkte kennen wir ja auch inzwischen. Ja, die groben, aber da fängst du ja nicht so viele. Da fängst du ja nicht effektiv die. Man muss effektiv fangen, verstehst du? Genau so ist es, Tati. Man muss effektiv farmen und das kann man vor allem jetzt mit dem Halloween Special und dem doppelten Bonus auf jeden Fall tun. Wir haben genug Bisa Sams gesammelt. Ich kann jetzt sogar zwei Bisa Flows machen. Ich mache jetzt mal den ersten für euch. Und wie immer, checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Facebook Seite ab. Und checkt unten in den Kommentaren, wo wir als nächstes hingehen sollen. Und natürlich, wie ihr das Halloween Special findet. Wie ihr das am besten ausnutzt und so. Das ist jetzt mein erstes Bisa. Also, Bisa Flows habe ich schon. Mein erstes Bisa Flows mache ich dann für die Kamera. Und zweites dann Off-Camera. Mein erstes Bisa Flows. Mal schauen, wie stark es wird. Nicht schlecht, ziemlich saftig. Ich habe noch Candy und zweites Bisa Flows. Das war's für diese Folge. Und vergesst nicht, Pokemon is serious business. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.